Ich will mit derselben Motivation, Begeisterung, mit dem gleichen Tatendrang wie vor acht Jahren, bewerbe ich mich bei Ihnen, den Dienst für meine und unsere Heimatstadt fortzusetzen. Gemeinsam, mutig, voran. Es gibt viel zu tun und es gilt auch für die großen Ereignisse Stadtjubiläum und Staufelsaga. Und da gilt mein Dank und meine Liebe immer noch meinem Partner Stefan Kirchenbauer, der mir fehlt. Auch unsere Stadtheile haben sich beachtlich entwickelt. Rennenhof Betzgaard wurde überhaupt erst zum Stadtheil erhoben in den letzten Jahren. Wir dürfen eine Entschuldigung, die es zu fordern gibt, die seit Jahren in den Schwäbischen Gründen gepflegt wurde. Und Ausdruck war eben auch, was die Sicherung in der Zukunft war in der Ausbildung der Hochschulen oder Schulen. Ich als Kenner der Gold- und Silberbranche habe hier meine eigene Vorstellung. Selbst durch meine Familiengeschichte bin ich mit dem Thema Gold und Silber verbunden. Lieber Herr Schüppel, die Fragen dürfen wir dann nachher der zweiten Frage stellen. Sie dürfen jetzt auch Ihre Bewerbungsvorstellungen zu Ende bringen. Dann können wir das sicherlich im zweiten Teil der Fragen dann gerne mit einbauen. Herr Dr. Bläse, ich fahre fort. Nachdem wir jetzt keine Antworten auf meine Fragen haben. Ich wurde mal im Raum stellen, die empfunden, in dieser Stadt ist eine historische Bausubstanz der Innenstadt. Vergleichsweise zu anderen Stellen, die hier einen schweren Verlust im zweiten Weg zum Beispiel nehmen mussten. Es geht jetzt sicherlich in die Geschichte ein, der Kandidatenvorstellungen zum Urgemeister der Stadt Schwäbisch-Gmünd, dass wir hier schon unsere Fahne bändigen müssen. Aber dann haben wir ja gute Mitarbeiter im CCS, der kriegt jetzt noch mal so eine Räume an, dass wir fragen. So, dann hat es heute noch mal ein bisschen spazierter. Wie gesagt, jetzt fragen an beide Kandidaten. Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich um den Müll kümmern und die sich nicht zu schade sind, dass sie sich hier mal entwickelt und dass sie eine Barbierung aufheben. Danke. Also ganz sicher gehört das eine Thema zum anderen. Auch hier wieder Präventation vorzuziehen zur Nacharbeit. Und auch hier schlage ich vor, Pilotprojekte zu forcieren, um wirklich auch am Thema realistisch dran zu bleiben.